Das Modell des Doppelstock-Gliederzuges DGB GQE entspricht der Lieferserie der Jahre 1970-71 des VEB Waggonbau Görlitz an die Deutsche Reichsbahn. Das Cress-Modell des fünfteiligen Doppelstock-Gliederzuges der Epoche IV ist maßstäblich wiedergegeben. Die Enden der Wagenkästen ruhen wie beim Original auf Jakobsdrehgestellen. Vorsicht beim Steuerwagen. Hier kann das Drehgestell vom Wagenkasten wegen der Stromversorgung nicht getrennt werden. Das Modell des Gliederzuges ist sauber und trennscharf lackiert. Extra angesetzt sind Haltestangen und Türeinstiegsgriffe. Der Steuerwagen besitzt eine Schnittstelle für Triebfahrzeuge nach NEM 651 zum Nachrüsten eines Funktionsdekoders. Die Innenbeleuchtung der Wagen ist ebenfalls nachrüstbar. Die Länge des fünfteiligen Gliederzuges beträgt 837 mm. Der Mindestradius von 286 mm zum sicheren Durchfahren von Radien sollte nicht unterschritten werden. In der Analogversion des Gliederzuges leuchtet das Dreispitzsignal sowie die Schlussbeleuchtung fahrtrichtungsabhängig. Der fünfteilige Doppelstock-Gliederzug von Kress ist ein konstruktiv hervorragend umgesetztes Modell mit sehr guten Laufeigenschaften und hohem Spielwert. Er bietet den Modelleisenbahnern vorbildgetreue Einsatzmöglichkeiten und ist ein Hingucker auf der Modellbahnanlage. Doppelstock-Gliederzuges Doppelstock-Gliederzuges Doppelstock-Gliederzuges